und ich darf euch heute zur nächsten folge von vendetta calling begrüßen liebe zuschauerinnen und zuschauer und zuhörerinnen und zuhörer heute mit einem special guest christian draxler und unser chef bülent ist auch wieder mit dabei und dann starten wir mal christian stell ich mal kurz vor hallo mein name ist christian ich bin 36 jahre seit märz ich glaube die meisten kennen mich eigentlich ich bin aus bad füßlau jetzt bin ich da beim podcast freut mich gerne gerne ja hallo herzlich willkommen auch von meiner seite ja christian wir haben dich heute hier wir werden heute ein bisschen in deiner vergangenheit graben vielleicht so ein paar neue informationen von die bekommen und dann werden wir auch auf den nächsten kampf eingehen der jetzt schon fixiert ist und angekündigt wurde gegen gelherme kadena und dann werden auch noch auf die mark reif berger thematik titel herausforderung eingehen deswegen haben wir auch heute bülent hier im studio damit man da genauere infos bekommen und ja ich würde sagen fangen wir mal an ganz am anfang du hast ja angefangen mit mma zu trainieren im iron fist gym und eben damals wie mma in österreich noch relativ unbekannt war kann man mal sagen und wie war das für dich eigentlich weil du hast du warst ja schon viel früher mit dabei ja also ich bin neben einem schirm seit 2010 habe ich dort trainiert das war eigentlich eines der ersten gyms in wien damals tatsächlich nur das was also was bekannter einmal wie einer und das armfest geben ich bin von niedersteuerreich rausgefahren es hat nichts in der nähe sonst geben das war auch damals für mich die nummer eins immer im training wir waren auch damals unsere truppe war sehr stark hat sich auch gut entwickelt und mittlerweile ist eines der besten gyms noch immer in österreich und mit der vendetta an der besten organisationen ja und ich kann mich ja noch erinnern als du dein gym eröffnet hast da habe ich ja ich habe ja in einem in einem kleinen verein trainiert und du hast uns da eingeladen gehabt und ich habe dich ja nicht gekannt und wir haben damit mit sascha weinbolter der jetzt aktuell so im bärnackel unterwegs ist und aber wenn der eben schon gekämpft hat und ich habe damals dich nicht gekannt den sascha weinbolter nicht ich bin eben darüber über über unseren verein hineingekommen und ich kann mich noch genau erinnern du bist du die ganze zeit während wir das training gemacht haben durchs durchs gym gehüpft und hast uns fotografiert und ich habe mir die ganze zeit gedacht wer ist der typ eigentlich ich habe mir gedacht du bist gekommen weil du ein fan von mir warst oder das war wirklich damals so dass für mich österreich mma neuland war komplett ich habe vorher nur ufc geschaut und gar nichts von österreich mma gewusst und du hast mir dann mehr oder weniger da eingeführt eben dann hast du uns einmal eingeladen mit dem nandor grill minja zu trainieren und und so wie eigentlich die ganzen leute kennengelernt und du hast ja dann in deinem gym bei der eröffnung dann auch gleich mal eine veranstaltung gemacht ja das wfc 20 und da hast du dann auch die ganzen damals shooting stars eigentlich gehabt auf der fight card da war eben sado uccia und wer war da noch ist dabei war so bei kochowitsch haben wir genau was doch dabei also war auch dabei und also sehr viel bekannte damals schon die waren ja für mich alle relativ also ich habe die alle nicht gekannt und habe ich da damals bei dir dann auch gleich bei meinem ersten event in österreich zuschauen dürfen und das war recht interessant und so bin ich eben mal in die in die österreichische szene da hast mich eigentlich du da hinein gebracht dass ich da und das ist ja auch eine eine wahnsinnige schlacht abgeliefert damals gegen alexander jankowitsch genau genau guter kampf das war sehr guter kampf ja spannend bis zur letzten minute unterwegs der junge der ist sehr stark ja ja und so hat es eigentlich bei dir also bei unser unser gemeinsamer weg kann man mal sagen hat er so angefangen das und und dann bin ich immer weiter da in die in die materie des österreichischen mma hinein gekommen und ja du hast extrem viele kämpfe in der zwischenzeit gehabt und einer der wichtigsten war glaube ich unter anderem auch bei vendetta das sollte ich vendetta 19 was gegen an willi ott gekämpft hast ja die krone von wien ich leider damals nicht sehr ernst genommen habe ich habe mir gedacht das wird schon gehen bringe mal beim boden und macht das ding zu ende habe den krampf weil ich nicht wirklich ernst genommen habe es ja ja die leichte schulter genommen habe dafür dann bezahlt ja ja aber du hast den walk out des jahrhunderts geliefert der bis heute noch ich glaube ich habe ja wir machen uns gut das dann stellt aber ich hätte ihm geschlagen das hätte nicht 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 packt glaube ich ja schon mir war das ziemlich egal also habe ich mir dann dachte ich bin ich ein guter kampf medizinische vorgeschichte da vor dem kampf warum du da körperlich nicht auf der höhe warst ja das möchte ich jetzt nicht als ausrede nehmen also ich habe aber es macht glaube ich schon was mit einem menschen wenn er körperlich so stark angeschlagen ist dass er vier tage im künstlichen tiefschlaf liegt ja ich habe zu viel gewicht verloren ich habe damals auch abgenommen von 84 kilo auf 70 in fünf tagen 14 kilo verloren dann hat sich thrombose bildet und ist im herz stehen bleiben und dann war ich vier tage im koma der ärzte und sagt ich wache nicht mehr auf oder ich bin behindert ich bin aufgewacht vielleicht bin ich bin aber keiner traut sich sagen denke ich mir oft kann schon sein aber ich bin aufgewacht das ist jetzt noch wenn die ärzte immer meinen bericht anschauen schauten mich an und sagen sie sitzen da ja ich sitze da und das ist schon cool ja unkraut vergeht nicht ja wirklich das seitdem sagen die immer mich kann man aus zehn kilometer entfernung erschießen anscheinend alles andere komme ich immer wieder zurück ja vielleicht sollte das mal erwähnen wo der kampf aber welchen kampf das war nicht dass die leute jetzt glauben das war beim will ist ein kampf genau genau du hast dabei cage fight series in graz gekämpft gab gegen niklas da habe ich kämpft gegen marco mannara aus italien 70 kilo und eine woche nach dem kampf das war ein freitag drauf nach dem kampf bin ich nicht mehr aufgewacht und da ist dann die rettung gekommen hat mich dann siebener mit defibrillator wiederbelebt und 45 minuten hatte ich kammerflimmern und ohne sauerstoff halt das gehirn halt okay dann habe ich das falsch in erinnerung ihr meint das war bei ich auch ich habe gedächtnisverluste thema das habe ich mir gemerkt und ja und das ist ja eben durch den weight cut durch den harten entstanden und du hast dann ja versucht eben auch durch vegane ernährung ich habe nur vegan eigentlich postet dass ich bin weil ich gewusst habe dass es dann jemand anderer wieder nach macht und dann postet dass er veganer ist und das wollte ich nur provozieren das war auch so es war lustig zu beobachten dass dann jemand anderer auch vegan worden ist in österreich aber ich war nie vegan ich habe eigentlich kein fleisch gegessen ein monat ja viele schwören darauf für mich war es nichts ganz ehrlich also ich habe abgenommen auf 75 kilo ab dann in 77 kilo glasse gestartet mit einem kampfgewicht zum 75 und das ist nicht optimal weiß ja genau das das habe ich auch ich damals so gesehen eben weil du wir waren ja auch immer kontakt zu der zu der zeit ständig und da hast du ja bei den vorbereitungen praktisch schon ein kampfgewicht gehabt und willi oder kalit ott wie er sich jetzt nennt der hat ja eigentlich einen perfekten weight cut hingerissen hat am nächsten tag zehn kilo mehr gehabt wie du und das hat man auch gesehen hat sich gut vorbereitet sehr ernst glaube ich war es eine persönliche geschichte für mich nicht weil ich hatte mit ihm persönlich nie ein problem außer dass er sich eingeredet hat was in seinem kopf stark gefunden als problem aber ich hatte nie ein problem mit ihm ja aber ich glaube eben das war eben eins schon auch ausschlaggebend wahrscheinlich für das ergebnis vom kampf denke ich mir von meiner seite her weil so ein gewichtsunterschied kann schon einiges her machen deswegen wird es ja auch praktiziert auf jeden fall ja 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 dann hake ich einmal ein bisschen ein im privatleben christian das der schlosserei erzähl uns einmal ein also was über die ich bin mein vater hatte schon eine schlosserei ich bin als schlosser aufgewachsen also ich bin arbeiter deswegen habe ich auch das bringt noch in meinen kämpfen sehr viel meiner meinung weil die kraft ist durch arbeiten hast die kannst du nicht antrainieren weißt wenn du jeden tag in hand hast oder was ich rumzaust da kannst du nicht sagen nach drei sätzen ist schluss der schluss wenn die arbeit fertig ist sonst gibt es kein geld weißt und wenn du harte arbeit machst und jeden tag arbeitest das bringt dir auch was meiner meinung nach im sport also ich merke es auf jeden fall und jeder der meine kämpfe kennen sieht wie viel kraft ich habe das habe ich durch meine arbeiten auf jeden fall ein teil dazu beitragen ja ich bin arbeiter wenn man die schlacht und man sich noch zurück erinnern an die schlacht gegen an den starken georgia gegen den georgie tabatazia das war ja wahnsinn der ging das war fünf minuten jetzt beide ausgeschaut mehr als fleiß würde ich jetzt einmal sagen ich habe auf meinen anzug gehen noch ein paar andenken von dir aber blutspritzer aber es war wahnsinn und da hat man richtig gemerkt da ist da ist die da ist die lunge dahinter deswegen für mich war das damals so man dachte wie konnte einen kampf gegen willi verlieren das allein nichts ich möchte kein schlecht trägern kämpfer aber allein das niveau was du technisch am boden an den tag legt sucht wie du sagst den hättest am boden runter gebracht und dann wäre es vorbei das dachte ich mir aber ich war nicht nicht in der form also es war wirklich keine topfam von mir vielleicht kann man da wenn man in bühlen da sitzen vielleicht kann man da noch mal irgendwo ein rematch organisieren ja ist ja auch der einzige kämpfer glaube ich der ein rematch will nach einem sieg also sowas habe ich eigentlich ich kenne sowas gar nicht wenn ich gewinnen habe ich gewonnen bevor ich mir in ruhe habe aber der will ich will eh immer rematch haben obwohl er gewonnen hat was ich nicht verstehe ehrlich gesagt soll auch ruhe geben und so in seiner welt glücklich werden was ich glaube er braucht geld ich weiß nicht ob da schon jemand ein angebot gemacht hat wegen kommentieren oder moderieren schauen wir mal kampf vielleicht vielleicht verdienst der geld wieder ja und du warst ja du warst ja glaube ich nach dem kampf gegen willi dann auch bei der ACA unterwegs ja da bin ich aber da bin ich eingesprungen also das witzige war da habe ich mal wieder mal viel gearbeitet habe mich also aufs training nicht wirklich viel trainiert war gerade im urlaub in kroatien auf dem boden dann hat mich mein manager gesagt hey in drei wochen wäre ACA-Kampf würdest einspringen habe ich gesagt ja passt mache ich aber ich mache vorher noch urlaub fertig und dann komme ich heim da bin ich heim komme ich noch zwei wochen kampf nein drei wochen bis zum kampf habe zwei wochen wirklich gut trainiert und bin dann nach polon geflogen habe dort gekämpft habe noch punkte verloren was meiner Meinung nach eigentlich ein unentschieden mindestens hätte sein müssen weil ich habe immer am ende des der runde auch der dritten und da habe ich oben die top position gehabt es war immer ein ständiges hinher aber für mich war es nicht verloren eigentlich war ein guter kampf da habe ich auch einen Wettkampf auf 70 kilo wieder gemacht von 80 allerdings da ich damals nicht so trainiert war weil ich ja mehr nicht trainiert habe war es für mich einfacher das gewicht zu verlieren ich habe nicht so viel muskelmasse gehabt das war gut und das war cool erfahren ja wo ich mich noch genau erinnern kann so an die letzte runde von dem kampf da war jetzt ja beide schon extrem outgast beide schon komplett fertig und der ganze kampf ist so ein bisschen in zeitlupe abgelaufen also ich habe da auch probiert irgendwie so ein highlight video zusammen zum schneiden und ich habe keinen keine zeitlupe drüber schmeißen müssen ich habe geglaubt das ist zeitlupe scheiße cooles video ich kenne das video geht sehr gut der typ war der tschecher der hat doch schon brustkörper ich vor dem gestanden bin habe ich mir doch bist du ja und danach warst du auch bei gmc bei dem tv format dabei ja da freue ich noch bei gmc kämpft auch gegen genau gegen depanemeka depanemeka da bin ich auch eingesprungen als wir auch eine woche vorher gefragt irgendwie springe ich immer ein ja und wie gesagt dann warst du bei dem tv format ja dabei und auch hätte es dann auch einen titelkampf haben sollen dann hat er abgesagt und ich wir haben beide abgesagt beim ersten mal er war verletzt ich war verletzt es war beiden zugute beim zweiten mal hat dann wieder er abgesagt der wie heißt denn der anna toly ball genau hat er wieder abgesagt dann haben sie mir ersatz geben dagegen dann bin ich nach deutschland geflogen habe ich statt 70 kilo 71,3 auf der waage gehabt habe ihnen angeboten dass er zum titel kämpft ich nicht weil ich schaffe das gewicht nicht mehr runter wegen es war dann mit toleranz war ich daneben 800 gramm schwer weil 70,5 hätte ich haben dürfen und dann hat er gesagt nein sein der veranstalter von gmc und mit seinem trainer eben weil er auch von dem fight club gestern kommt hat gesagt nein wenn ich die 70 nicht mache dann kämpft er nicht habe ich gesagt keine chance der sascha weinbolter war auch mit die haben es in der sauna wirklich probiert aber ich habe ich bin damals von 88 kilo unter 70 und ich war am limit und es ging nicht mehr es ging kein kram mehr ich habe nicht einmal gewusst wie ich in die sauna kommen bin und dann haben wir da vorne gesagt hey lass und dann am gleichen tag am kampftag ist eh klar dass sie mich dann bombardiert haben auf einmal hätte er mich doch braucht aber dann hat er mich gerne haben können dann war ich im phantasialand und bin mit mit der geisterbank von so lustiger und es war eben wieder die gewichtsthematik findest du die hat das beeinflusst dass du damals eben nach dem kampf dann den 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 herzstillstand kopp hast beim gewicht machen oder hast du es immer ein bisschen im hinterkopf ja man hat das schon ein bisschen im hinterkopf ja aber so leute wie wir besuchen halt das extreme was da schaut es halt dann wieder ab aber jetzt aber schon eigentlich ja man denkt sich dann schon oft am schlafen gehen so also kurz danach so ein ja denkst du legst dich hin vielleicht wache ich morgen wieder nicht auf weißt du was soll ich machen okay okay habe ich gut klebt und und ja das wird wahrscheinlich auch der grund sein warum du jetzt die gewichtsklasse hier aufgegangen bist also ich wollte euch 77 ist für mich ideal ich renne herum normal mit 85 kilo da ist super 77 jetzt habe ich dann kämpft gegen den wesleyn dimmendorf der wollte dann 80 kilo dann wollte er 83 treffen sich auf 81 war auch okay und dann habe ich mir gedacht nachdem ich den geschlagen habe weil der mark ja ihm geschlagen hat auf ihm den titel hat was logisch habe ich mir gedacht dann mag ich gegen den mark kämpfen das hat das gar nicht so bis tun kann dass ich ins mittelgewicht wechseln wollte sondern ich wollte eigentlich nur den mark schlagen ja ja genau das war eigentlich meine einzige motivation dass ich den mark hau das hätte auch absolut sinn gemacht aber wenn ich jetzt schon von mehreren seiten gehört habe dass der kampf keinen sinn machen würde man muss dazu sagen die mit drauf hat renne wollinger besiegt die mit auffahrt nach mir zwei kämpfe gewonnen unter anderem gegen ein woher kämpfer der sogar bei won einmal gewonnen hat danach nach punkte von euro kenne ich die beste bilanz dabei der top fighter ist dann hat er bei will auf emme hat er wieder gewonnen der kämpft einfach gegen alles und gegen jeden gefühlt jeden monat einmal er hat gutes ringen hat leider keine finisher muss er bringt das habe ich auch gewusst wie gegen kämpfer kann ich da zu boden werfen aber das war es dann auch schon aber ist ein sehr guter kämpfer herz und kraft zu boden gebracht das habe ich auch damit gerechnet deswegen war es mir zum glück egal weil es am ringen wenn wir dann jetzt gleich die thematik da einhacken es ist halt wenn man sich den podcast anschaut wo ein mark gesessen ist und er sagt selber es gibt für ihn zwei möglichkeiten an kampf anzunehmen das ist einmal aus sportlicher hinsicht die sportliche herausforderung und einmal die finanzielle herausforderung okay laut mark macht der kampf sportlich gegen christian kein sinn was aber ich glaube jeder der die szene ein bisschen kennt überhaupt nicht versteht weil der christian 18 8 bilanz international gekämpft hat leute geschlagen die seinen wunschgegner den rené wollinger geschlagen haben wo ich dann auch wurscht ob ich jetzt partei spielen oder nicht sagen muss schau dir die zahlen an schau dir das an und es gibt schon gewisse gründe warum an kampf gegen christian ablehnt und dann kam von unserer seite oder vom bühlen das angebot ich bezahle dir das was du haben willst und seitdem ist kompletter stillstand eingetreten was ich so mitbekommen habe oder vielleicht kann uns der bühlen da mehr erzählen er ist sicher schon um einige schritte weiter aber das müssen wir jetzt einmal glaube ich wirklich auflösen dass die leute auch wissen was sache ist ich bin auch deswegen heute da nach einer feier wo ich hin muss genau die thema die art die geschichte war so also ich habe ihn gefragt ob ob das vielleicht interessant wäre dass er gegen traxler kämpft den christ kämpft hat er gesagt ja das ist überhaupt keine gefahr für ihn das macht er locker ich habe gesagt bist du sicher sagt er ja dann habe ich gesagt okay was was möchtest denn haben sagt er circa bis zehn weil die sparte die anderen würden das auch zahlen das ist alles gesprochen worden also braucht keiner erzählen es ist kein angebot kommen gar nächstes angebot war da ich habe gesagt bist du dir so sicher dass das dass du das dem fix schlagen kannst du gesagt hundertprozentig okay passt dann machen wir so wenn du dir so sicher bist ja machen wir so der traxt der wird doch gegen dich gratis kämpfen ich habe mit dem vorher vor dir gesprochen sage ich ihm sagte okay ach so ja sagt ja ganz genau er wird er will unbedingt gegen dich kämpfen geld spielt da keine rolle da habe ich gesagt pass auf machen wir so wenn du dir ganz sicher bist dann will ich spannender machen dann gebe ich 15.000 euro in den topf rein und werde gewinnt der soll das geld bekommen nicht angebot nicht was anderes also wir haben das gesprochen telefonisch paar mal wie wir das letzte mal gesprochen haben mit dir mark war so ich habe dich angerufen was ist jetzt willst du kämpfen ja oder nein da braucht man jetzt nicht irgendwas herum erzählen was nicht stimmt ja die wahrheit gehört am tisch ich habe dich gefragt mark willst du kämpfen sagt dann naja der bekommt von einer anderen veranstaltung dem was er angesprochen hat vielleicht ein gutes gutes angebot sagt was für zehn vielleicht mehr als zehn und wie wir gesprochen habe ich gesagt und wie schaut es jetzt aus sagt dann er hat noch kein angebot gehabt wir warten wir bitte noch eine woche dann sage ich dir bescheid dann wollte er auf einmal 15.000 euro haben nur für den kampf mark ich habe dir gesagt sieger bekommt die 15.000 du bist dir sicher du hast gesagt okay ich besiege ihn dann besiege ihn ich will jetzt nicht noch mal da jetzt geschichten erzählen oder hören von dir wo dann heißt ja ich habe kein angebot gehabt es ist gar nichts da noch kennt kein thema wir haben zwei dreimal darüber gesprochen mein freund ja wo du dann gesagt dass ja und danach hast denn hast deine kerne gemacht wie du gesagt dass naja dann ich will einen fix gage haben weil du wahrscheinlich nicht sicher bist dass die ihm schlagen kannst ja also wir haben lange genug zusammengearbeitet wir kennen uns sehr gut und mich kennt auch jeder ich stehe zu meinem wort ich habe die 15.000 auf dem topf obwohl der christian sagt ich will kein geld gegen ihm haben er ist hier kannst du mir jetzt auch zuhören was er sagt ja der kampf steht von meiner seite ich lege die 15.000 euro auf den tisch dass es mal klar ist du gewinnst bekommst du 15.000 ich gebe dir noch 2000 bonus mein freund wenn du gewinnst okay ansonsten sagen wir was du wert bist was deine gage ist was du bis jetzt bekommen hast je egal von welcher veranstaltung sagen wir eine zahl die bekommst du für einen normalen kampf aber 15.000 euro hast du nie in deinem leben verdient wieso soll ich dir jetzt 15.000 euro so hinlegen da kommst du hin legst dich vielleicht hin ist ja nicht spannend ich will ja blut sehen ich will eine richtige feit sehen deswegen gib bescheid wenn du sagst okay wir haben jetzt im mai die veranstaltung oktober und dezember überhaupt kein thema du brauchst auch nichts verkaufen ich brauche kein tisch von dir dass du verkaufst wo du da erzählst du verkaufst so viele kartentische mein freund ich habe es nicht notwendig ich habe kurz dann sehr starke sponsoren hinter mir die was hinter uns stehen und an uns glauben deswegen brauche ich kein geld ich brauche auch keine sponsoren von dir sag ja 15.000 liegen am top wenn nicht dann gibst du dass du nicht kannst oder angst hast danke mein freund das war jetzt einmal wieder eine ansage vom bühlen dass ich glaube wenn ich das richtig verstanden habe der podcast wird im laufe der woche online kommen und dann hätte ich gesagt gibt es noch glaube ich eine woche eine frist aber dann ich weiß nicht wie lange will man dann noch herumtun von max die geschichte was er erzählt das geht mir nur auf die nerven er sagt er hat noch kein angebot bekommen ich habe ihm schon zweimal davor habe ich gesprochen mit ihm wo er hat mir selber gesagt er ist keine gegner für ihm er macht ihn mehr dann kommt er sagt er ist ja das bringt ihm nichts was bringt dann wie viel kämpfe hat er philipp du bist unser wandelndes zahlen archiv ich glaube zehn kämpfe nie im leben ich glaube ich glaube 5 1 oder 4 1 wir können das können wir gleich mal auflösen um das geht es weißt du ich glaube 6 1 aber da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen weil ich in letzter zeit habe ich mich sehr sehr viel mit zahlen beschäftigt was die österreichische szene angeht und bitte leute wenn dann noch über irgendwie über sportliche relevanz gehört wird nehmt es bitte mal von ein paar leuten es gibt ein paar spezialkandidaten in letzter zeit überhaupt nehmt es schaut euch auf die pole die statistiken an die es gibt und zählt es einmal die gesamtkampf statistiken von den gegnern zusammen und dann braucht man sich auch nicht mehr mit der szene auskennen weil jeder kann hoffentlich rechnen in unserem alter und dann haben wir das aber ich bin jetzt ja ist wurscht hat er sechs sieben kämpfe und da chris hat über 20 kämpfe man da braucht man jetzt nicht viel reden ob er ihm was bringt oder nicht ich glaube das wird ein sehr guter kampf ja und steht zurzeit 6 zu 1 ja über die gegner sind wir jetzt einmal ja das ist auch egal dass manchmal nimmt man sich halt aufbau gegner ja gehört auf jeden fall auch dazu aber ja nicht mehr so sich so aufzupuschen nein aber es hat jeder schon gegen fall ob es kämpft aber manche tun so als würden es gerade jose titel damit gewonnen haben weißt du ja das ist genau das was der christian gesagt hat das meine und christian es es ist ja irgendwie zu einem vorfall gekommen damals bei der vendetta in neusiel und das hat ja dann eigentlich dazu geführt dass du eigentlich den kampf gern haben würdest unter anderem ja unter anderem ja ich möchte gar nicht schlecht reden über ihm oder ihm jetzt irgendwie runtermachen jeder kann sich selber so ein bild machen glaube ich der irgendwie kennt oder ihm irgendwo sieht das angebot von bühle entsteht ich bin da und fertig sagt ja und kämpf und der rest können wir dann im käfig besprechen oder bitte sagt das auch noch wie du mir gesagt dass du willst auch kein geld gegen ihm haben dass man sonst damit die leute ich habe noch nie um geld kämpft du weißt du ich weiß es wenn ich obwohl ich dringend geld brauche weißt also jeder braucht geld es zeigt den charakter es geht um das du bist ein richtiger kämpfer du kämpfst gegen jeden du tust jetzt haben wir einen starken gegner für dich ich habe da zwei optionen geben obwohl eine leichter war du hast gesagt na du willst unbedingt gegen den stärkeren kämpfen weil es bringt ja auch was ansonsten fall hebe ich glaube also ich finde wenn ich gegen einen stärkeren kämpfe kann ich nur gewinnen schon kämpft gegen einen schwachen verlierst du sagt jeder schon der vom opfer auf die pappen krieg das auf deutsch gewinnst du sagt jeder schon hat das opfer geschlagen ja aber kämpft gegen gute gegner du kannst verlieren sagt jeder hey der mann hat sich gestellt hat einen guten kampf geliefert du gewinnst ist noch besser natürlich will jeder gewinnen aber dass ich da hingehe und mit dem arsch aufreißen dann gegen dann bauer dann taxifahrer kämpfe und mich dann fühle als wäre ich der king oder das ist nicht meins da gibt es genug kandidaten aber ja und eben dadurch dass mark eben bis heute kein keine keine antwort gegeben habe auf die herausforderung haben wir jetzt eben meinen neuen gegner für dich also praktisch als als mittelgewichts debüt geholt den gilherme kathena und den werden wir am 11 mai sehen den kampf und ich bin auf jeden fall gespannt wie du im mittelgewicht dann ausschauen wir auf jeden fall ja ich ja mal sechs kilo mehr und da freue ich mich natürlich schon sehr darauf weil das ist auch der zweite kampf jetzt wo ich kommentieren darf bei deinem bei tabatace habe ich ja damals nicht kommentiert habe ich nur zugesehen aber das war eine mega schlacht war wahnsinn also einer der besten kämpfe was ich was ich in österreich so insgesamt so gesehen habe bis jetzt weil das einmal muss ich nur kurz einhaken und selbst wenn er nicht kämpfen will dann sei wenigstens so ehrlich zu den leuten sag herrst ich habe keinen bock zum kämpfen mach akzeptieren auch wahrscheinlich alle aber nicht dieses herumeiern da jetzt die ganze zeit jetzt haben wir es noch ein zweites mal wir haben es ja eh schon glaube ich also zweimal offiziell auf social media ich weiß nicht vielleicht braucht da noch ein extra brief von der bühne wo es schriftlich drin steht du schau das thema ist denke ich für mich oder für alle eigentlich schon gegessen nur die zuschauer denken sich vielleicht dass da dass wir was versprechen und einhalten ich wollte einfach nur erwähnen dass was wir von anfang an besprochen haben keine geschichten jetzt da sich da irgendwie auf ich will aber die wollen nicht oder angebot wir wissen die cw kennen die zähne in österreich verdient kein sportler keiner 15.000 euro bei einem kampf nicht einmal der mark obwohl der glaubt dass er so viel verdienen könnte bekommt keiner also sagt es mir einen namen der was in österreich gekämpft hat und 15.000 euro bekommen hat also wir reden von brei von ziffern das heißt da wird entweder karten hergegeben die leute schenken die karten her oder wir schenken den leuten vip tische aber dass 15.000 20 oder 10.000 nicht einmal irgendeiner bekommen von daher ist das wahrscheinlich eine eine ziffer was er dann erwähnt eine eine summe was kann ihm zahlen würde deswegen will er das auch mit bei 15.000 belassen damit er den kampf nicht annehmen kann oder wie sehe ich das mag ich denke das so ja aber jetzt lassen wir die thematik dann ich glaube wenn das angebot jetzt dann noch einmal so untergeht wird ihm der titel abgenommen dann ist er verkannt aber wir haben auf jeden fall starke leute im mittelgewicht die sich das schätze ich mal im lauf des jahres noch auskämpfen werden wer den titel dann halt natürlich das ist das ist überall so also er wird herausgefordert er nimmt die herausforderung an und er sagt ja erst nicht mehr bei vendetta dann würde ich ihm sofort jetzt den titel weg geben aber heute nicht mehr tragen wenn er woanders ist oder wenn er denkt wo er kann woanders kämpfen bitte kein problem für mich ja und dann hätte ich gesagt schließen wir das thema genau das thema schließen wir mal ab und jetzt war ja erst vor kurzem vendetta in geor sehr starke veranstaltung sehr stark dabei sein super organisiert finde ich die ganze licht die ganze aufmache die die video walls an der decke und so also das war schon großes kino muss man sagen und da warst du ja als als coach in der ring ecke vom lukas dabei und wie hast du das event so empfunden für dich selbst das war super die ganze location war super aufzogen sowieso also die vendetta hat sich in den letzten jahren so gesteigert egal ob es jetzt video walls sind ob es die einspielungen sind es passt einfach alles also es war top event auch die leute die waren sehr national stolz also die das vermisse ich bei uns auch bisher also das war jetzt nicht so dass die jetzt die sechste für den kommen sind sondern sobald die ungarische fahrer nicht sind sind die auszug das ist richtig richtig auszug was mir auch aufgefallen ist die leute sind wirklich bis zum letzten kampf sitzen geblieben die halle war gesteckt voll bis zum letzten kampf das gibt es bei uns sind auch sie sind auch sehr früh schon dort gewesen die halle war schon wie ich kaum bin schon voll also das ist auch richtig ja ja genau das sind eben nicht nur für maincard gekommen sind richtig geil drauf noch auf me es ist schön zu sehen obwohl wir sagen müssen die sind die haben genauso viele einwohner wie österreich sogar weniger trotzdem sind die engagierte und sport begeistert es ist auch wenn ich das richtig verstanden habe vom gesetz her weit mehr erlaubt ich glaube bei uns in österreich wird jetzt in der nächsten an zukunft keine bärnakel kämpfe mehr geben ich das so gehört aber aus der szene aber in ungarn ist so würde ich jetzt mal fast behaupten gefühlt alles erlaubt naja österreich ist ein vorsichtiges land sagen wir so sport kampfsport ist eben halt wachst langsam ich denke dass wir haben wir vielleicht in zukunft auch irgendwie die erlaubnis bekommen mit dem ehemal verband hat das was zu tun ja und das da müssen wir dann halt reden vielleicht wenn wir es machen wollen schauen wir mal ob es mal erlaubt wird der intervall ist verboten ja und wir sind ja auch habe ich habe jetzt sehen auf auf instagram auf der suche nach leuten für uns ein slap battle muss man ehrlich sagen das kam so gut an bei den zuschauern bülent die es haben mir viele leute auch privat geschrieben auf instagram da müssen wir nicht ich sag mehr machen aber das ist sicher gut wenn man da weiter dranbleiben also auch mit vielleicht verschiedenen gewichtsklassen ich weiß nicht wie viele leute sich jetzt schon beworben haben aber da kann uns der bilden dann vielleicht schon ein bisschen mehr erzählen ja also wir haben wir haben sehr viele bewerbungen natürlich wir haben ist es eine mme veranstaltung geben veranstaltung wir werden da zwei drei maximal slaps dazu einbauen damit die zuschauer was anderes sehen und ein bisschen action ist wie ihr gesagt habt die zuschauer haben mich gebeten dass ich es noch mal mache es war eigentlich eine probe ein test wie es ankommt und es ist sehr gut angekommen überhaupt die die stille von der halle ist so magisch ja wie jeder zuhört was passiert und dann kommt also uns wir haben super slap gehabt ihr müsst euch vorstellen slap wir haben ich habe überlegt wie machen wir das wenn wir jetzt drei runden machen was ist wenn wenn da jetzt keiner ko geht ja und in graz haben sie es mal gemacht aber ist fast keiner ko gegangen und das war die überlegung wie man deswegen immer so viele punkte punkte richten im käfig training gehabt die was halt punkten wollten und dass beide dann ko gegangen sind das war natürlich eine krone also es war highlight ich war ich war live dabei ich durfte das mikrofon halten also beim ersten mal wo der steirer dann in der zweiten runde dran war der ich glaube ein unger war das ging den er da gesleppt hat das war ein wahnsinn ich glaube man sieht es teilweise auch auf fotos mein gesichtsausdruck also da hat es ein schäberer gemacht um das auf wienerisch einmal zu sagen dass die ganze halle das dach runtergeflogen ist das war wahnsinn ich glaube hatte ich dann auch gefragt irgendwie so kurz danach wo sein autoschlüssel ist ich glaube der war dann noch fünf sechs stunden in der vergangenheit das lustigste war genau nachdem er dann kurz zu sich gekommen ist oder gesagt wo ist mein autoschlüssel wo ist der coach vor dem beruhig dich sagt da habe ich gewonnen habe ich gesagt ja du hast gewonnen beruhig dich komm rauf es war schon heavy ja es ist auf jeden fall sehr lustiges und interessantes und spannendes rahmenprogramm also wirklich ein ganzes event braucht man wahrscheinlich nicht davon aber oder weiß ich nicht vielleicht gibt es da wirklich eine zielgruppe für das aber es hat auf jeden fall was gehabt dass es mitten im event stattgefunden ist und ja man hat bei den reaktionen von den zuschauern gehört dass es öfters sehen wollen auf jeden fall aber wir haben ja noch ein fast ganzes jahr vor uns wir sind jetzt gerade beim ersten drittel mal fertig sage ich aber da kommt noch einiges auf euch zu leute ich glaube nächste veranstaltung gibt es auch schon in ungarn wieder ein datum ein fixes wenn ich das richtig 21 september genau und ich weiß nicht wie haben wir mal so bisseln hinterm hinter der türkere ich glaube am 30 oder 29 juni ist noch eine in griechenland während wir sommerpause machen in wien und ja aber dann elfter mai leute nächste vendetta in wien vendetta 39 und dann haben wir auch schon im oktober das nächste große jubiläum 40 vendetta haben wir da vielleicht schon ein spezialprogramm bilden oder so wie ufc können wir nicht sagen das zweite tage ist 300.000 euro aber wir haben uns was überlegen konferenz gesehen hat ja genau aber ich will den christ noch fragen oder jetzt was ist jetzt dein ziel wie lange willst du noch kämpfen oder was planst du weil jetzt ich habe einmal vorgenommen heuer ich glaube vier kämpfe also mit vendetta jetzt haben wir mai dann oktober dann haben wir dezember september vielleicht in september weiß ich nicht das ist eine urlaubszeit aber ich muss oktober fit sein deswegen muss ich mich hier zusammenreißen ich glaube du kannst nicht so viel pumpen aber ich habe uns schon raus gesucht schon aber ich denke mir ja also in der laufbahn laufbahn war ich ja von anfang an dabei kannst du dich erinnern wie wir in mme wie eine kämpfe haben den ersten kampf das bild habe ich immer genau genau das war so emotional so geil wo du geschlagen hast ja es war so geil der kampf und ich denke mir wenn du dich wirklich so richtig konzentriert hättest so richtig ein kämpferleben gelebt hättest ja jetzt hast du arbeit dahinter gehabt dann waren beziehungsprobleme denke ich einmal jetzt nicht unbedingt jetzt zu erwähnen vielleicht ja aber dein leben ist dann ist der vater verstorben ja und das sind das sind zeiten wo man wo was einem wirklich mitnehmen denke ich einmal ja und wenn du dich jetzt richtig konzentriert hättest auf das kämpfen und ein sportleben sportlerleben geführt hättest denke ich mir du wärst viel viel weiter gekommen ja danke dankeschön auch die partys nicht zu vergessen ja aber so wie das leben spielt man kann es nicht zurückdrehen und ich habe immer gelebt ich kann mir nie vorreffen aber ich muss dazu sagen momentan bin ich jetzt schon seit einiger zeit auf einem richtig guten weg also so fit wie jetzt das weiß jeder der mit trainiert war ich noch nicht trainiere sechsmal die woche zweimal am tag und ich bin jetzt 36 und ich habe noch einige jahre und ich werde auf jeden fall bei vendetta zeigen was ich drauf habe das kannst du mir glauben dass wir haben ja vor ein zwei monaten auch mit dir eine inside-doku gedreht unser metin und da habe ich gesehen es trainieren noch viele also viele es trainieren auch behinderte bei euch im gym also wie wissen das wie sind das zustande kommen oder die konstellation generell normal also bei uns ist jeder willkommen ich war jetzt auch ganz sagen behinderte weil also behinderte sind nicht die leute die im rollstuhl sitzen oder erzählen dann eine krankheit haben die normaleren leute sind eigentlich für mich die auf dem her behinderten also ich trainiere jeden für mich ist die tür bei jedem offen und jeder der sich für was bemüht und was ich machen will den unterstütze ich und es macht mir auch spaß vor allem gerade die leute mit denen die du meinst sie motiviert das sind ehrlicher als viele andere und da stecke ich viel mehr energie rein gerne rein als jetzt in irgendwas undankbares kommt auf jeden fall wahrscheinlich weit mehr zurück wie von normalen menschen weil die leute schon denken der trainiert mich der nimmt sich die zeit für mich obwohl es viel viel schwieriger ist wie mit jetzt wenn jetzt ich zum beispiel zu dir trainieren kommen wird jetzt bist du sicher es war sehr spaß auf jeden fall ich mache es jetzt nicht aus dem grund weil ich denke was dafür erwartet oder was was zurückkommt es macht eigentlich wirklich spaß und es hat sich immer wieder so ergeben der matthias ist jetzt da schon ewig mein freund der hat im gleichen ort aufgewachsen mich dann der ali sitzt im rollstuhl der hat seinem bruder zugeschaut beim training und der sascha weinbold da war bei mir und ich war gerade nicht da mit dem gym und da hat sich der sascha den in den käfig reingeholt und sagt willst du was machen und da ist eigentlich der sascha drauf gekommen dass der so gern trainiert und hat gesagt hey kann ich mit euch trainieren ich gesagt jederzeit komm vorbei wenn es da ist komm trainier ja und irgendwie hat sich daraus dann halt also hat sich das ergeben dass jetzt am dienstag und und sogar manchmal am donnerstag kommt der matthias zu mir die boxen der hat doch mittlerweile richtig schon was drauf da bin ich richtig stolz also wirklich der der schlag da rein das spürst du schon also ich habe echt schmerzen an den schultern machen vom petz halten von dem kleinen weil das so will ist der denn der ali ist immer motiviert weißt du jetzt im rollstuhl wenn andere die keine krankheit hätten so motiviert wären das hätte ich gern weißt dann hätten wir andere andere kämpfer ja da können sich einige was abschauen nur unter motivation der tut nicht ranzen ich kann das nicht ich kann das nicht der macht ja der redet nicht der macht und man muss ja auch sagen dass das einer von von deine positivsten charakterzüge ist dass du allgemein ergeber bist ja ja das ist schon ein verhängnis worden uns jetzt schon lange genau weil du hast ja auch unterkunft gewährt ja ich habe leuten geld gegeben unterkunft gewährt du bin nachher noch beschuldigt worden dass ich mir geld unterschlagen hätte das ist ja das allergeilste und ich weiß das ja weil wir uns ja kennen und wir wir jetzt ja schon einige jahre befreundet sind dass man von dir auch also dass man dich nicht bieten muss sondern dass du sogar deine hilfe anbittest ich kann mich nur erinnern wie ich meine scheidung gehabt da hast du angeboten dass ich bei dir wohnen vorübergehend dass ich das ich meine jetzt auch ich stehe an der tankstelle eine frau vor mir will zahlen ältere bei komarkatik 121 euro ist die firmenkarte ich ziehe mein geld ich sage gleich soll ich in die 120 euro borgen weißt ich kenne die nicht einmal ich denke mir dann immer so wer wird das für mich machen eigentlich gut weil ich tatuiert nachsozial ausschaut wahrscheinlich ja aber trotzdem ich bin da immer sehr sehr hilfsgross muss man sagen wenn du selber nicht viel hast bist du immer am geben also das ist mir halt so aufgefallen sehr wichtig heutzutage überhaupt in der heutigen Gesellschaft ja vor allem man wird zwar oft enttäuscht weißt aber ich denke mich ändern mich warum soll ich mich ändern nur weil der Rest Arschlöcher sind genau das ist wichtig das ist wichtig sich immer selber treu bleiben fix das allerwichtigste genau so ist sein wort halten und loyal bleiben das ist ganz ganz wichtig heutzutage loyalität davon können sich manche leute aber eine ganz große scheibe von christian abschneiden danke danke das menschliche ist sehr wichtig du bist auch wirklich ein guter mensch ich kenne dich wirklich sehr sehr lange ich weiß wovon ich rede und kein kein lob jetzt so du verdienst es wirklich respekt der kleine matthias hat mir auch geschrieben du weißt wir müssen in kino gehen mit ihm ja kino und was ist guter villa haben ja da kommt alles kein thema von mir an den boss ja genau ja dann freuen wir uns auf jeden fall auf auf deinen nächsten und ich bedanke mich auch immer möchte ich noch sagen dass du mir jedes mal für diese leute tickets gibst VIP die wissen das auch debünen dass du es immer für sie machst immer sehr dankbar wirklich die sind bei jedem kampf von mir die freuen sich immer wieder drauf das ist was richtig schönes auch von dir wir haben ein gewinnspiel für euch für die nächste vendetta ihr könnt zwei tickets gewinnen für die vendetta 39 und ich glaube der philipp hat noch eine spezial idee mit einem unterschriebenen t-shirt das wird verlost wir werden genau wir werden ein ein vendetta t-shirt unterzeichnen lassen von den unseren kommenden also von den jetzigen und von den kommenden gästen und wir werden das dann irgendwann im laufe der nächsten monate danach verlosen und und ich hätte gesagt der erlös oder verlösen ist ja wieder was anderes aber wir werden schauen dass man da vielleicht auch irgendwas für für kinder machen weil es ja zurzeit auch wieder gerade sehr am am polarisieren ist das thema kinderschutz wäre mir zum beispiel sehr sehr wichtig weil was man da in letzter zeit sieht was so passiert in wien und auf der welt also da müsste man schon finde ich ein zeichen setzen und da werden sich auch was überlegen für euch ja und vendetta ist ja schon öfters eben gemeinnützig eingesetzt mit spendenaktionen und da werden wir eben auch wieder was zustande bringen in naher zukunft und ja wir werden jetzt schon langsam zum ende kommen christian danke dass du da bist und danke für deine freundschaft all die all die jahre du bist wirklich ein top man ich mag dich wirklich als mensch sehr und du hast jederzeit immer wann du willst den kampf bei der vendetta du bist eigentlich auch ein teil von uns und nochmal dankeschön danke bruder danke danke für die worte es gilt für dich auch du bist auch für mich kannst alles für mich haben du weißt sowieso und ich möchte mich auch bei euch zwei bedanken für die einladung im podcast war super gerne wieder zu reden über mme und hat spaß gemacht dann gibt es du dir extra zeit und du dich noch zu mir dazu sagst dir ist es wichtig dass wir das thema besprechen war richtig cool ich glaube wir haben alles gesagt und es wird ein geiler kampf bei vendetta keine ausreden mehr von keiner seite mehr von keiner wer weiß was morgen kommt aber wir sind jederzeit da und wir können natürlich stellungnahme nehmen jederzeit und kein problem leute dass ihr zuhört ich